Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir sind hier stehen geblieben bei der Synchronisation. Und da schauen wir uns mal an, was von diesem Seelenbaum alles machen kann. Seelenbaum. Wieso? Ah, guck mal, man hat dann immer die 3... Okay, das macht ja Sinn. Was ist das jetzt hier? Angriffskraft plus erhöht Angriffskraft um 30. Halten, erlernen. 156 SP habe ich. Ich glaube, er muss dann einmal raus, weil sonst spackt er. Wenn du im Seelenbaum eines Raktors Technikanschlüsse freistellst, kannst du auch Techniken an Techniken anschließen. Uh, uh. Der Anschluss von Techniken an Techniken füllt die Hitzeleiste, aber auch das Spezialtechniksymbol. Und du verursachst durch flinkere Technik Einsätze mehr Schaden. Gut, gut, gut. Wir reden jetzt hier einmal mit dem Bam Bam. Hallo Bam Bam. Und mit dem reden wir auch schnell. Und dann gehen wir nochmal in den Seelenbaum rein, dem Danzel. Es ist so riesig, das Game. Synchronisation, Seelenbaum. Oh, Junge. Abgeschlossen 2%. Was gibt es denn hier ganz hinten? 220 kostet das. Ey, wir sind am Anfang. Wir sind immer noch in den ersten 2% des Games gefühlt. Beelie, guck mal hier. Erhöht Crit Rate. Das machen wir, weil wir haben ja auch diese eine Sache, die Critz macht. Erhöht Crit Rate um 10%, das machen wir. In jedem Fall auf Critz mit dem. Du hast Power. Jetzt, desto mehr Schaden wird zugefügt. Ah, geringer Effekt. Das machen wir nicht. Das machen wir. 10 noch. Ach, guck mal, Mann hat... Ach, du Scheiße. Okay, das ist krass. Das ist krass. Heilung, ne? Das machen wir. Nee, das noch nicht. Eingrußkraft, komm. Let's go. Für Gegnern. Ich denke, wir sind aktiv. Ich sage, ja, das ist ein Schaden. Ja, ich fängt. Na, warte. Was gibt es hier oben? Eine zufällige Stärkung. Alle. Machen wir. Gegen Komboreaktion. Ja, das ist exaktiv. Na, gegen den Eindruck zu reflektieren. Das machen wir. Ja, das machen wir. Hitze leisten, das ist auch gut. Das Game ist so fucking riesig. Geil. Und es ist auch gut. Schaut mal hier. Da kann man direkt sehen, was hat man schon gebaut im Seelenbaum. Es ist einfach nur geistesgestört. Wir sind gerade nicht mal ein Level abgekommen bei dem Scheißboss. Das ist scheiße. Ja, vielleicht kann ich am Feuer ein bisschen leveln. Wo sind wir wieder? Maibach. Was geht, Maibach? Was geht, Maibach? Was geht, Maibach? Für Anschlüsse. Das ist gut. Krittrat um 20%. Das brauche ich. Agilität um 20%. Geschick um 25%. Angusskraft um 20%. Das machen wir auch. Ich guck mal, ob... So, wem könnte man das denn geben? Äh, Ausrüstung. Ab 30, ja. Ist was Neues. Dauer von Schwanken. Das eigentlich, dieses Dauer, das ist sowieso scheißegal. Hab ich gemerkt. Nochmal sein... Wir machen seinen Angriff hoch. 198, let's go. Erhöht Agilität. Wett in die höchste Crit-Rate. Die beiden haben beide gleich viel, ne? Ich weiß... Man weiß immer noch nicht, wofür Agilität ist, ne? Oh, wie läuft das hier? Ich weiß noch nicht, wie lange ich zocke. Eine Woche Daily-Upload einfach am Sack. Lotzke, ich hab überlegt, zwei Folgen am Tag hochzuladen. Weiß ich noch nicht. 11 Prozent. Machen wir hier die Block-Rate hoch, oder? Wer hat denn mehr Block-Rate? Am Bein gleich viel. Maximale KP ist auch gut. Wir lassen das so. Was mit Talenten? Aber wann kriegt man denn neue Talente? Das mit den Talenten verstehe ich gar nicht. Wieso haben manche Talente und manche nicht? Komisch, ne? Ja, und Klassen kann ich mittlerweile alle benutzen. Keine Ahnung. Hier, wieder quatschen. Wie Coco. Wieder Pünktchen. Nur neue Strecken? Nee, da... Ja. Das ist aber schwer zu... 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 Nee, meine... ähm... Bitrate ist... gerade nur bei 5000. Das hängen könnte auch an mir liegen. Musik Chilogie? Geh nicht Man hat ja ne Kackfrisur Musik Noch ein Bad nehmen Juni-Line Die Konsole, die wir da geredet haben Cutscene-Time Wir lieben es Er war sehr ähnlich zu unserer eigenen Konsole Beide Seiten haben Konsole Warum ist das wunderschön? Mehr genau, nicht nur so ähnlich Sie sind die gleiche Sie sind die gleiche? Sind sie wirklich? Unsere Kolonien Die Konsole sind die gleiche Aber wenn die Konsole die Wunderschön sind die gleiche Das bedeutet... Das bedeutet... Hm... Komm schon, spüren es aus, Mann! Ein Konsole ist so großartig. Ich dachte, sie waren überall wie dein Rund-of-the-Mill-Nopon Riku refused zu lassen Remark of Uni slide Got that right? Nopon, eine rare species Welt, kann nicht leben ohne Protekt at all cost Uh, leaving Nopon out of this What's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes I suspect they may be more deeply involved than we thought Involved how though? With what? With the reason why we fight with deciding our fate Our fate And the queens? You think they're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once Right? Yeah At the homecoming I think She had long silver hair Yeah Real dignified Proper pretty wings too Wings Like yours Uni Sort of But they were much more of a shining white Well As for our queen She was really elegant Refined and graceful And her ears They were super long Up to here Hmm Guess that means Our queens Are different Folks All right The consuls Are kind of like The queen's Servants Right? The castles Their role Is to convey The queen's Directives To the colonies Along with Handling admin And decision making So what? If we explain The deal to the queen You think she might Actually get the picture? Yeah? Pretty much I don't recommend Getting your hopes up Oh yeah? The queens Sit at the very Pinnacle of the Hierarchy So you think They won't even Give us the time Of day? Huh? I'm saying They might be the same As the consuls Our enemy What? Also Somehow That consul He became Mobius Or maybe Mobius Is The consuls The situation's Already dire enough It'll be best To temper Our expectations Boah Es ist übel spannend Es ist übel spannend Wir sind in Folge 9 Und es wird übel spannend Man kann nicht aufhören Ich versuch für euch so schnell wie möglich alles hochzuladen Leute Was meint ihr? Hängen die Könige mit unter einer Decke oder nicht? Hängen die da mit drunter? Das ist wieder Konsul Was meint ihr? H comenze vor Alle Orderen sind Erhindert Erhindert Ouroboros At all Kosten Mache THIS NONE Throughout The Colonies Uroboros Jo Rolf bis gleich Their existence Must be erased without a trace Willst du das Spiel speichern Das ist auch random Wieso fragt ihr das ab und zu Wir sind gerade mal Kapitel 2 Wir sind gerade mal Kapitel 2 Mr. Profile Namens Kapitel 2 Etatschwede We have endured the fierce fighting at Colony 4 And learned that the Consuls and Mobius are one and the same Truths we took for granted Continued to crumble at our feet We have spent so long Blindly walking the path set before us without question But we are more curious now Of our future selves Of our purpose So stark nach Nia 0 0 So Das lieber Lunefner in Rollenspielen. 2 von 6 oder 8. 2 von 6 oder 8 wäre gut. Eigentlich. Ich hätte jetzt Angst, 2 von 20. 2 von 6 wäre schon dritte. Ich habe nicht gesagt, dass ich das doof finde. Ich finde das sehr gut. Das Game ist riesig. Genau, ich sehe. Ein Team zieht die Zentrieren weg. Dann kann die Hauptkraft auf der Masse streiten, wo die Flanke loswerden wird, loswerden. Das klingt optimal. Ist das richtig, Tayon? Ja. Genau. Okay. Wenn ich in Ihrer Meinung bin, werden wir es akzeptieren. Ja, Ezard? Ja. Wenn du dir das funktioniert, werde ich dir vertraut. Gute, Tayan? Ja. Kommander, Strategist! Es knappe Zeit. Der neue Konsul wird bald aus dem Kasteln kommen. Natürlich. Auf meinem Weg. Meine, das ist schon das Zeit. Nimue, warum hast du noch das Gizmo benutzt? Nun, das ist nicht sehr politisch, Izzard. Dieses mechanische Gizmo ist viel mehr präzise als das Iris-Clock. Und unaffected by the black fog. Right, Tayan? Huh? R-Right. Bedi, das hast du heute schon zweimal gesagt. Also die Tayan-Story juckt mich gar nicht. Ich hoffe ihr skippt die alle auf dem Youtube-Video. Ach, es gibt Granatwerfer mit diesem dunklen Nebel. Ja? 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 Sind wir jetzt eigentlich immer noch auf dem Weg zu diesem Schwert? Was der eine Typ, der ganz am Anfang gestorben ist, uns erzählt hat, der alte Sack? Da hast du zu Schwert gehen sollen oder sind wir jetzt auf... Ich weiß gar nicht, was jetzt grad die Mission ist. Können wir jetzt den ganzen Konsul oder der wird zu Schwert? Und du, Ma'am? Wir halten hier die Linie. Bleib ihnen umgehalten. Entschuldigung? Das ist Idiotie! Und ein bestimmtes Tag! Tayan! Du kannst nicht! Ihr alle habt noch ein Zukunft. Bis zum Tag deiner Zuhause kommt. Bitte, leben einfach! Und hier. Ich... Ich kann... Ich will nicht! Nicht das machen, Ma'am! Für mich klingt das eher nach einem Ausschlag. Ich brauche dich zu leben, Tayan. Du musst... Fliehen für die Kolonie! Irgendeine allergische Reaktion oder sowas. Tayan, stehe los! Hurry! Wie... Wie kann ich... Tayan! Ma'am! 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 Aha! Du hast so viel Geld in deinen iris, Kay! Das ist das, was du kriegst! Es ist einfach schlechte Glück! Der Plan war Sound. Wenn nicht für die Blatt Fog. Es ist alles über das Gefühl. Du hast nur die Augen in der Front. Du hast nur die Augen in der Front. Das ist das Grund, Kay lost. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Hehehehe. Du bist ein scheinbar, nicht wahr? Hehehe. Hehehe. Ich hatte einen Ball mit den Kindern. Bis ich hatte eine Toll. Das Geräusch ist ein Tännerpenny. Was ist das? Entschuldigung? Entschuldigung? Auf dem Weg zum Schwert wird Konsol geklatscht? Ok Ok die Olle wird also unser nächster Gegner Gecheckt Morgen Porn Jorde, hallo stehen bleiben Varan, hallo Je mehr Immer schön 10 Pünktchen Alter direkt hier vorne ist so ein riesen Gegner Das müssen wir uns merken Der Slay Aslee nicht kill auf 1150 Auf 1180 diesen Affen Ein alter Kleinwüchsiger Und 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 Entschuldigen Sie bitte. Ich will auch diese Doppelschwerter haben. Meint ihr, das kann man noch später bekommen? Mhm. Das stimmt. Wir kämpften gegen ihn, wer weiß, wie viele Male jetzt. Wir haben unsere Teil der Dämpfe, aber dann haben sie auch. Okay. 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 Seine Haare brennen auch. Dem wird auf jeden Fall nie kalter auf dem Kopf. Okay. Aber nein. Du sagst andere Leute wieder? Nicht sehr schrecklich. Schau es aus. Kommander! Entschuldigung. Äpfel. Willi ist bei Elden Ring schon einen neuen Charakter stellen, den er Äpfel nennt. Oh. 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 Aber du bist... ... 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 Du sagst, dass dein Bestand war... ...Swordmarche, wie ich mich erinnere. Genau. Komm her! Es ist gut. Es ist gut. Woher ich das weiß, ein Fuß der rechte ist auf der einen Treppe, der andere Fuß ist auf der unteren Treppe. Das hat einen ganz bestimmten Namen, diese Technik. Und billige Games haben diese Technik nicht drin. Die Technik. Das hier ist Swordmarche. Na, das Teil ist das Wichtigste, glaube ich. Das ist die letzte Folge für heute, Leute. Also noch eine halbe Stunde. Ich hab bei Alien Ring getestet. Was hast du getestet? Ich glaube, es ist nicht nur die Wärme und die Wind. Wir glauben, dass es eine andere Bewegung gibt. Und so, durch die Elimination, dann, diese beiden. Und, ganz ehrlich, ich würde nicht sagen, gehen nach links. Warum ist das? Die Straße ist gefährlich. Und es läuft genau nach Agnes Castle. Du wirst ein schweres Mal durchgehen. Taian, das ist, dass du richtig bist. Wie immer. Außerdem, du bist Ouroboros. Wenn du eine andere Kolonie möchtest, wirst du das gleiche passiert, wie wir uns haben. Ich fühle mich sicher auf das. Ich kann nicht zwei Monate zocken. Aber... 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 Es gibt noch mehr? Selbst wenn du die Wärme, diese... Stadt, ja? Es ist schwer zu glauben, dass du es dort finden würdest. Es scheint sehr weit entfernt. Wie so? Wenn du das gleiche passiert hast, Es ist ein Mensch. Es war nicht nur die Wälder, die die Landschaft verletzten. Und dann... Da ist das Wort, die du erwähnt hast. City. Was könnte das sein? Ist das eine Person? Oder eine Sache? Wenn Gurneke über die Frage war, es so wie eine Kolonie? Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Objekt ist. Das ist ein Objekt. Will you still go there? Regardless? Ja. Das war die Idee. Für eine Chance zu leben. Dann gibt es noch mehr zu sagen. Boliaris. Ma'am? Unsere guests werden bald wieder verlassen. Wir geben ihnen die Unterstützung, die wir können. Keine Angst. Die haben alle so ein komisches Tattoo. Ich glaube, das zeigt an, wie lang die noch... ...leben oder so. Das war eine schreckliche Stück. Ja. Weil sie nicht mehr zu klein werden. Ich hab die indulgen, weil sie nicht grows. Daher wird irgendwo... shaking. Merkst. Das war's, was sie. Das war's, was Ethel sagte. Das war's, was die Wälder sagen. Wir nutzen die Facilität, als wir uns macht. Sie haben, was sie nicht wachsen. Dann könntest Du essen essen. Es gibt nur... Es ist einfach... Sie werden nicht gerne zu kommen. Ja? Ja, ja. Ich habe ihn direkt hier gesucht. Durchsucht. Du bist falsch. Wir sind eigentlich von Colony Gim... Mimi, was? Wenn das was du willst, gehts und schützt. Es ist nicht so, dass ich ein hartes Begriff bin. Jetzt sprechen wir. Oh, was? Du bist fast fertig. Du bist fast fertig. Dann schütze deine Lose Embers. Gehe heute, oder in drei Monate Zeit. Nicht viel Unterschied. Ah, nur... Schau dir, dass du nicht schützt, bevor dein Zeitpunkt ist. Was ein Kerl. So unbegriff. Senna, es ist gut. Er war richtig. Wir haben uns zu töten. Vielleicht nicht seine Freunde, aber sicherlich andere. Wir hatten keine Wahl. Wenn wir nicht hatten... Dann wären wir Garners. Wir hatten keine Wahl. Ja, das war klar bis jetzt. Aber nicht mehr. Genau? Es ist wichtig. Ja. Es gibt eine Chance, dass wir am Ende machen können. Auch wenn wir nicht verstanden sind. Wir haben ein Gerät. Wir haben die Hände. Wir sind die Räule. Wir sind die Räule. Wir sind die Räule, richtig? Wir sind die Räule. Wir sind die Räule. Wir sind nicht hier einfach. Aber du hast mir gerückt. Ich wünschte für das. Und du hast es richtig gemacht. Danke für das. Ich wünschte für das. Ich wünschte für das. Ich wünschte für das. Informationsbeschaffung angenommen. Ich wünschte für das. 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 Janini, danke für den Follow. Ich wünschte für das. 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 Ja. Ist die Mission aktiv oder warum auf dem Bege mal jetzt nicht mehr auf der Oberfläche? Ok, das kennen wir ja schon. Galgur's Menia ist Nord von hier. Ja, ja, und wir sind besser bereit, oder? Well then, kein Zeitpunkt wie der Präsent. Menia von Galgur. Den will ich mal besiegen. So einen fetten. Warte einen Moment. Gute Nacht, Amarelli. Ich denke, du operierst es so. Und dann hier und... Ausrufezeichen. Guys, get ready to fight! Ey, man kann einfach immer Synchro machen. Ich denke, du operierst, und schaffst. J stanie ich mich für deinen Fett. Du operierst, mich, durchsch μymph. Du operierst, mich, durchschauzen. Du operierst, mich, durchschauzen. Perf раньше, ich bin nicht mehr, trank. Ja, ich bin auch zu tun. Ingegen. Ich bin nicht mehr, zauberst. Jetzt kommen mir leerst. Du operierst. Gute, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Geben dir einmal. Ich bin die Frau mit der Gallen. Yo, Lotzke, bis morgen. Er kommt hinterher. Er kommt hinterher. Er kommt hinterher. Er kommt hinterher, holmes? Erstmal, ich kann das noch nicht machen. này, ich kann das noch nicht machen. Schauen Sie ja! Echt? Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich habe etwas gemacht. Das war's für euch. Das war's für euch. Also diese Starken, wenn es nur einer ist, sind gar nicht so stark. Das war's für euch. Das war's für euch. Das war's für euch. Das war's für euch. Oh, die machen mir so viel Schaden. Das war's für euch. 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 Das war's für euch.